So, es geht los. Lichtspektakel vom Tesla-Kagitreff. Ich voll überfordert, es sind viel zu viele Leute gekommen. Es ist alles voll. Alles voll, man sieht fast nichts. Alles voll. So, in wenigen Minuten starten wir mit der Lichtshow. Ich hoffe, du genügt das Handy dabei und nehmt auf. Es sind sicher über 30 Teslas hier positioniert. Spielekiste. Lichtspektakel. Wir haben gesagt, wenn es auf die 20-15 Gump-Tour geht, dann starten wir die Show. Das ist krass. Ich bin überwältigt, wie viele Leute heute gekommen sind. Es ist alles eine ganze Tribüne dort, wo Leute schauen. Und alles voll mit Teslas. Das ist krass. Die Drohne kann ich... Ui, jetzt. Jetzt geht's los. Hoffentlich. Ui, die ersten fangen schon an. Ui, oi, oi, oi. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. und dann wieder raus. Wir sind in Graben, ich kenne. Wir sind in Graben. Jetzt geht es dann nochmal richtig ab Ja, so geil, wuuuuh Ja, weil es so geil ist, machen wir es jetzt nochmal Und zwar um 23 Uhr starten wir das mal Hauen wir nochmal voll die Tutschdärchen auf Und, äh, es haben alle so Freude gehabt, wenn sie es nochmal sehen Jetzt machen wir es gleich nochmal, wahrscheinlich alle da sind Zwei, drei sind es zwar schon gegangen, aber wir sind immer noch über 30 Autos Voll gerade wie ich auch, 96% So, jetzt geht es dann los 23 24 25 24 25 25 25 Ich frage was, irgendeiner von Pentimble. Yes, jetzt geht es wieder los. Können wir uns ein paar von hinten anschauen. Die Fahrschule sind auch hier. Zwei Autos. Ganz geil. Gute Wärmung für den TESA Supercharts. Hier vorne ist auch nach. Jetzt gehen noch die Deckel auf. Sie sehen schön, welches die neueren sind. Mit dem Y auch. Schön weisses Y. Ganz schön mit weiss, weiss. Mega. Jetzt noch ein Schriftzug, sollte man ja auch sehen. Ich habe natürlich keine Wand hier. Yeah. also. Weiss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020